Seht ihr das? Ein Strafzettelblock. Was da drin ist, das sind Strafzettel. Ohne Scheiße. Und wenn ein Autofahrer die Höchstgeschwindigkeit übertritt oder über eine rote Ampel fährt, dürft ihr ihm einen von denen hier verpassen. Ihr müsst die Dinger verteilen. Sarge, wir tun das doch bei jeder Schicht. Ich meine ja nicht euch, ich meine diese beiden Idioten da. Mein Partner hat eine Frage. Ja. Wo ich doch gar nicht schreiben kann, habe ich da ein Problem. Aber was ich kann, ist Zeichensprache und Bilder malen. Ich meine es ernst. Wenn ihr damit nicht anfangt, kriege ich vom Käpt'n auf den Kopf geschissen. Und das bedeutet, ich scheiß euch auf den Kopf. Und eins verspreche ich euch. Ich werde euch voneinander treffen. Tun Sie es selbst.